hallo aus dem wunderschönen Revenor die beste uhrzeit es ist ungefähr 8 uhr der sonnenuntergang der ist gerade die sonne ist gerade weg und die stimmung ist sehr schön und wir sind hier an der strandpromenade also hier links das sind die cafés und die restaurants das haben sie hier schön hinbekommen so mit dem mit den lichtern und so und wir sehen hier auch den leuchtturm der da hinten wunderschön steht hier sehen wir jetzt auch gerade ein schiff das hier anlegt vielleicht ist es gerade das schiff aus santorini kann sein ich weiß es jetzt aber nicht ich muss mal demnächst auch irgendwie die fahrten von hier von reffen und aus dann kann ich euch bescheid sagen und hier sehen wir auch die marina also die neue marina wo der anliegeplatz ist für segelboote und für die fischerboote da kann man übrigens morgens frischen fisch kaufen gehen ist auch sehr interessant zu sehen und ja sehr entspannt es soll in den nächsten tagen sehr warm werden zum teil sogar über 35 grad mal sehen und ja ich begrüße euch und sende euch viel viel liebe und sommerliche grüße aus dem wunderschönen refiner bleibt gesund und bis demnächst